Hallo und willkommen bei There You Go. Es ist ein kostenloses Indie-Game und die Macher beschreiben es als Spiel mit Puzzle-Räumen, mit Räumen und Puzzle und mit Räumen voller Puzzle oder so. Los geht's! Nummer 1 Ich bin gespannt. Ah, Licht. Okay, man kann auf jeden Fall den Raum eben wie drehen, glaube ich. Oder nicht? Bum, okay. Ich kann den Stuhl verschieben. Was ist das? Achso! Okay. Ach da, Moment. Da, man kann den Raum drehen. Da ist ein Rechen und Bücher. Ah, okay. Aber irgendwie ist da gar keine Tür, oder? Doch, da. Da brauche ich einen Code, verstehe. Okay. Hm. Ach so, mein Gitter. Cool. Ich habe das Gefühl, unterm Schreibtisch könnte was sein, aber... Moment, da. 6, 5, 9, 9, okay? So. Perfekt. Und weiter. Eine Pflanze und ein Bild. Aha. Aha. Moment. Fischbild. Baumbild. Baumbild zu. Nee, ich wollte nicht zurück. Nein. Nein. So. Fisch. Baum. Hm. Ach. Ah, okay. War jetzt Logik dahinter? Ich habe keine Ahnung. Kommt da Wasser raus? Zu hoch. Kann ich den Raum überschwemmen? Kühlschrank auf. Was ist das? Ist das Milch? Noch mehr Wasser. Ja. Ich überschwemme den ganzen Raum. Ähm. Schnell. Ach so, das ist ein Loch. Nee, ich wollte nicht nach unten. So. Hm. Ich bin mir noch zu hoch, aber da sind noch ein paar Sachen drin. Ich werde alles rauswerfen. Das kann ich nicht rauswerfen. Okay. Kann ich den Kühlschrank nicht... Doch, den kann ich verschieben. Okay. Und rumwerfen. Ich will nicht umwerfen. Diesen Kühlschrank jetzt. Fall um. Immer noch zu hoch. Hm. Ach, okay. So. Ah. Ein unheimlicher Gang. Gory. Die Farbe stimmt nicht. Und da fehlt was. Okay. Just wait and see. Aber wait als Gewicht geschrieben. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Da ist so eine Art... Ist das eine Kugelbahn? Ach, da wollte ich jetzt auch nicht. So. Gory. Was hat es damit auf sich? Da ist ja auch eine Tür. Oh. Ah. Ähm. Und welche Farbe brauche ich? Moment. Okay. Brauche ich Rot oder... Hm. Ach so, Moment. Ich habe eine Idee. Gory. Gory. Green, Orange, Red, Yellow. Kann das sein? Green. Orange. Red, Yellow. So. Ah. Ja, okay. Und jetzt? Ähm. Irgendwas fehlt mir noch. Aber was? Was fehlt mir, verdammt? Die Geduld für solche Spiele? Vielleicht. Ach so, da ist auch eine Tür. Ein Baum. Und eine Pendeluhr. Ah. Gib mir die Äpfel. Das ist aber cool. So. Dann kehre ich mal zurück. Weil ich glaube, die kann ich dann da oben... Nee, das ist glaube ich noch zu wenig. Brauche ich mehr Äpfel oder... Brauche ich andere Früchtchen? Hm. Okay. Ach so, okay. Ich habe mal den Baum tot. Ja, okay. Und was mache ich damit? Ich. Ach so, ich baue jetzt erst die Kugelbahn. Okay. Oder was das sein soll? Die Apfelbahn. Da fehlt noch ein Stück. Da. So. Und? Das ist nicht schwer genug. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles klar. Eins. Ach so, was ist das? Okay. Verstehe. Ich muss eine gewisse Reihenfolge finden. zwei, vier, oder? Wie? Wie, es braucht Monate. Was redest du da? Ich kann den Raum nicht drehen. Komm schon. Komm schon, ich will dich schaffen. Ich glaube schon, dass ich einen Weg finden muss darüber. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder muss ich einfach schnell sein? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, dann haben wir da das. Ah, okay. Ist das der Ausgang? Yay. Okay. Ähm. Habe ich es geschafft? Ach so, nee. Uah. So, jetzt aber, oder? Ja. Und wo komme ich jetzt hin? Ein Bild. Von irgendwas. Ist das ein Haus oder ist das eine Figur? Ich habe keine Ahnung. Da ist auch ein Bild von irgendwas. Was ist der Estreate? Ich bin. Was stand da gerade? Verdammt. Und das letzte Blatt des Jahres? Okay. Was ist das? Das Ende! Ja! Der Astroid wurde Attila genannt. Ich möchte ein Pirat sein. Ist das ein Schiff? Ich habe keine Ahnung. Das letzte Blatt. Malcom ist entkommen. Malcom ist entkommen. Wer ist Malcom? Ich kann das zerstören. Achso, Fragezeichen. Ich hätte gerne das Fragezeichen. Ich hätte gerne das Fragezeichen. Kann ich hier noch was tun? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, Freunde, das war ein kleines Rätselspiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und man sieht sich in einem anderen Video. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Doing gut. Du bist jetzt. Und hier. Du bist jetzt.